Hier spricht Edgar Wallace, sein Nachbar. Also los, was hast du für uns? Der Wichser! Ist er wirklich krass? Los, abbrechen! Was soll das denn, bitteschön? Diese sinnlose Gewimmel in ihrer Hose da! Ja, sie mein ich! Sie denken wohl, sie könnten die anderen Leute mit ihren Anmaßen in Klingeltönen einfach superlöstigen, oder was? Tun Sie lieber mal was Vernünftiges! Spielen Sie mit Ihrem Schäferhund! Bauen Sie eine schöne Autobahn! Oder marschieren Sie irgendwo ein! Eine Kneipe, eine Oper, oder einen Puff! So, und jetzt an alle! Handys aus! Und wer, ich höre noch ein einziges Bimmeln! Dann wird zurückgebimmelt, wie niemals zuvor jemals in einem deutschen Lichtspielhaus gebimmelt wurde! Entschuldigung. Viel Spaß beim Film. Abschlüge. Ja! 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 Das war's wirklich... Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020